Also hier vorne, direkt. Ja, bei meinem Arker. Ich seh noch nicht. Na, ich glaub, das wird jetzt ruhig. Oh, das stimmt, das Radloss. Niemals. Was? Das wird nicht ruhig, das wird ultra-hardcore. Ja, sobald die Zone sich bewegt, fangen die Bots an, die Hirnlos los zu rennen. Die denken da nicht mehr nach, die rennen einfach nur noch los. Und ich glaub, der ist schon auf dem Weg Richtung Zone. Ich brauch aber noch 9mm Munition. Du hättest was gesagt, da hinten lang gehoffen, weil so ein Lumpas. Ja, alles gut, hab jetzt gar schon was. Lumpa, Lumpa, du, du, du. Es wird spannend, hören Sie zu. Ja. Habe sie markiert. Hä, was hat Lila für ein Auto? Fahrrad. Fahrrad. Nice. Ganz. Ich bin schon da. Lila, Lila, ich bin schon da. Ich führle ich gleich alle ab. Was ist es für ein Auto? Achi. Ja, zopp. Achiato. So, wie ist die Achi da? Seit, kommst du? Moment, ich muss noch Schmerzmittel reinpfeifen. Zeig mal an, wohin. Ähm, wir könnten, oh, keine Ahnung, ey. Wir müssen auf die andere Seite. Quarry. Das Ding ist ganz cool, dieses Ding da, wo wir das letzte Mal den lustigen, epischen Fight hatten. Da können wir hin. Blaue Marke. Okay. Du willst nicht allein fahren, oder? Komm, äh, Lila, komm. Jetzt warte, wenn ich bei diesem Fahrrad so weiterkomme. Äh. Einsteigen. Ja. So, fesch an die Brücke an zwei, vielleicht sind wir noch ein paar Nachzügler. Soit wird. Äh, wenn wir ein, äh, UHZ finden, steigen wir um, oder? Ja. Wir können mit zwei Autos fahren, dann. Gut, dann steige ich um. Wo? Ich verliebe UHZ. Fahr. Da ist mal. Hier vorne direkt UHZ. Hier sind irgendwo welche gelandet. Lila, du hast eine Waffe in der Hand, oder? Ey, lass mal den... Äh, Bender, Bender. Hol den Lambo. Wo? Lass mich fahren. Ich hab einen gesehen. Wo? Stopp. Halt an, halt an. Hinten an der Brücke. Ja, BQB. Ja. Ja. Das Ding ist einfach ein Panzer. Das musst du eigentlich echt nehmen. Gut, war kurz. Kümmern wir mich noch kurz um dieses Fahrzeug. So noch die drei planieren. Aus. Oh, First Person sieht schön aus. Ja, aber du kannst halt nichts sehen. Ja, wo geht eigentlich? Nach hinten. Ich würde jetzt vorbei aufpassen. Aber First Person ist echt schön gemacht. Ja, es sieht, es sieht, es sieht edel aus, aber es ist einfach, also du kannst halt nicht durchgucken. Hab ich, hab ich schon mal gesagt, dass ich das Ding auf... Ich höre Schüsse oben an der Brücke. Oh, das Ding ist schön, dass ich den Brücken trifft. Einfach wohl. Warte, komm. Warte, komm. Krass. Guck mal, da ist so fährt man, Flambo. Ja, ich muss sagen, ich bin beeindruckt gerade. Was machen die zwei? Die fahren an den Strand oder was? Lila. Ja? Schießen. Schießen. Baller drauf. Gib Gas. Beide. Dankeschön. Fahr bitte nicht ins Wasser. Sonst haben wir ein dickes Problem. Vorsicht vor Bridge-Campern. Wenn du Schmerzmittel hast, dann falk dir was rein, Lila. Hast du das gesehen? Das ist das, was ich meine. Ja, aber wir sind genau direkt über so den Hügel gefahren. Ja, ja, aber über den Hügel wärst du im RWKP drüber gefahren. Nein, nein, nein. Da ist ein Dings, ein Kleider. Da oben ist ein Kleider. Was machst du denn? Nee, nee, ich schieße auf den Kleidertypen da. Ist wurscht, ist wurscht. Du fährst dann mal in die Zone. Das ist das, was ich meine. Schießen, Lila, schießen. Vorne. Da war noch einer. Okay, jetzt nimm mal. Ey, das Ding hat nur noch die Hälfte der Power jetzt. Bänder. I know, I see. Also das, was wirklich Schaden macht, ist, wenn du Offroad fährst und gegen irgendwelche Soil crasht, dann machst du die Karre verreckt. Das ist auch, glaube ich, der Grund, wieso das Ding so viel HP hat. Damit du überhaupt durchs Gelände kommst. Frankus lässt die Uhrzeit nehmen. Da vorne war noch ein RB-Coupé gewesen übrigens. Frankus. Lila. Was machst du denn? Ich muss tanken. Es ist schwierig, mit einer Weißkampfkampfkistole aus Nahlauf. Hast du, hast du? Oh no, wir hätten den Kleider nehmen können. Wir haben nicht. Direkt vor uns. Vor meinem Auto. Fahrtisch. Gestorben. Ist das die Ace? Ja. Die hört sich schallgedämpft so gut an. Okay, die schießen auch mal. Ja, ja, wir fahren zurück. Frankus, lass zu denen fahren. Wie hörst du? Da ist einer. Player. Hab ihn. Guck, Lambo fahren kann nicht. Auf dem Auto schießen kann ich. Lambo. Sehr gut, Oli. Sehr gut. Ress. Ach so. Ich hab das so schönes, äh. Ich hab so, ich hab so, äh, zweistelliges Sprengstoff. Zweistelliges Sprengstoff? C, 4. Das ist gut. Da vorne sind Duderinos. Überall. Da ist links einer. Nee. Hast du das gesehen? Da war einer drin. Da war keiner drin. Aber es war doch grad dagestanden, dass sie einen erwischt haben. Ja, das war der da vorne. Ach so, das war der andere. Okay, alles gut. Äh, Heilung. Was? Heilung. Hast du irgendwie Medis da für mich? Äh, ich hau dir mal fünf Verbände da rein. Aber, ähm, wir müssen nochmal irgendwo hin zum Looten. Da läuft einer auch direkt vor uns. Danke. Haben wir noch, finden wir noch irgendwo, ähm, wir sollten vielleicht echt schauen, dass wir nochmal irgendwo looten. Hier? Nee. Ich brauchst du Fünfer, Siebener. Ich brauch Neuner. Ich brauch Neuner. Vor uns schießt einer Schallgedämpft. Warte mal. Da ist einer. Ja, lass mal hier looten. Aber Vorsicht. Hinter uns ist einer mit einem Mutant. So, wo ist der? Nice, okay. Alles gut, alles gut. Wir könnten auch die Typen looten. Das ist vielleicht sogar noch besser, weil die haben mit Sicherheit noch irgendwelches Zeug. Wir brauchen Medi-Stuff. Nice, okay, das ist gut. Ich hatte kein Medi-Stuff. Habt ihr jetzt alles? Dann kommen die Lassbüriere zum Hauptkriegste Auto. Ich brauche noch, äh, er ist sehr verkehrt. Ähm, äh, blauer Marker? Ich fahr! Nein, ich fahr! Nein, steig ein! Du brauchst Kills! Und ich hab, ähm, für mich der ich aus dem Auto schießt. Okay, dann. Ähm, Bender, wir nehmen die Karre. Was machst denn du da? Weg und nach hier in diese, in die Scheine rein. Ob ich hier vielleicht noch die Karte lebe? Ich hab'n Leben noch. Aber ich find's geil, dass sie die Bots jetzt besser gemacht haben. Das war ja voll lame, einfach. Äh, ich hab'n noch'n Compi. Guck mal, er ist so fett, Mann. Ich mag die Bescheidenheit, Mann. Ich könnt' sogar den jetzt aus dem Auto, aus dem Flacken schießen. Vor uns? Vor uns schießt es. Ah, ich seh'n, ja. Liegt's von uns? Was ist das? Ich, ich. Ah, okay. Ja, ich bin zwei. Ah, ist okay. Hast du das gesehen? Wie der geflogen ist? Da hinten ist noch Bot-Party, wie wir es sich anhören. Oh, rein, 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 rein. Was machst du, Mann? Wir stehen hier fucking offen auf der offenen Fläche. Lila da oben. Zielspiel. Passier mal. Da. Passier, das sollte bänden, oder? Press, ich laufe jetzt. Da ist, da unten ist einer. Jetzt nicht mehr. Ja. Aber der hat die Karre ganz schön verbröselt. Wollen wir, lassen wir die zwei Crates noch looten hier. Die haben noch richtig schöne Goodies. Ey, ganz ehrlich, das war ein Player. Das war ein Player. Gut, reiß, ich bin zufrieden. Rein, rein. Wieso läufst du? Ja, war kurz. Ich bleib stehen. Da, Lila. Oh, nee, stopp. Das war Dings. Falsche Meldung. Oh, jippie. Aussteigen. Satori Prinzessor ist, äh, ja, ich, ja, vor euch sind Player. Boah, ich bin ein Safe Player, Leute. Satori Prinzessor ist kein Bot. Alter, die schießen auf uns. Ah, da ist auch Blutdruck. Oh, Lila. Nice, Lila. Nice. Ist da noch einer? Ja, hab einen. Wenn, dann, das war meiner. Nice, das war ein Player. Lieb bei Orange noch Dings platt machen. Das war ein Player. Fünf es ist. Ben, da bitte geh woanders hin, das ist Weinstein. Ich tu hier im Farmen. Ja, geh weg, das ist mein Schild. Stehst, das ist von hinten, wer hier kommt. Wer guckt, ihr nach hinten, wir gucken nach hinten. Ja, ich schau noch hin. Blaue Marke habe ich irgendwas schießen hören, ich seh aber nix. Süden. Da, Orange. Ja, da ist Action. Okay, der ist weg, bei Orange haben sie ihn verschossen. Von da irgendwo. Yes, Sir, Orange und Gelb, da sind noch welche, ja. Ich will die Karre auf seine fahren. Ey, Lila, ist da noch unten, sind da noch welche? Das ist einer. Wo? Bei Grün. Ja. Geht ihr dem Ding? Okay, Leute, das ist eine EBR. Der Typ hat eine EBR, gelber Marker, grüner Marker, ich weiß nicht wo, aber da ist noch einer mit einer EBR. Ja, die pushen den Compound. Player drin. Steht hier links, blauer Marker. Da ist ein Team drin, da ist ein Team drin. Die sind jetzt hinter dem Haus. Wir müssen aufpassen, ey, jetzt werden wir gesandwiched. Von hinten könnten theoretisch noch welche kommen. Äh, lasst uns, lasst uns Auto nehmen rein rotieren, wir müssen hier weg. Wir müssen... Hopp, rein ins Auto jetzt. Wir verziehen uns. Soit, Lila, äh, Lila ist drin. Wir müssen weg. Ist wurscht, die Zone macht die Platz, ist wurscht, kümmert euch nicht drum. Shit, what the hell? Jemanden Smoke? Alle mal rein ins Auto dann sofort. Wo sind sie? Wart mal. Auf geht's. Okay. Rein. Wärm Patten. Alle mal bei Soit ins Auto. Hopp, rein. Seid ihr alle da? Gut, ich fehle noch. Weil dann auf geht's. Ben doch. Wir sterben. Wir sterben jetzt. Rein ins Auto und jetzt Verbände rein. Ich habe Verbände im Kofferraum. Ja, ich will den Überfall. Also ihr macht wie ein Blatt. Der ist gleich hinter dem Hügel. Vor uns. Ich seh nicht. Ja, direkt vor uns. Schon noch. Okay, weiter. Super. Den hab ich genossen. Okay, jetzt haut mal alle nochmal schön, äh. Die müssen jetzt auf uns zu pushen. Die sind im anderen Compound. Hier ist super. Die müssen jetzt zu uns pushen. Ja, dann trink dich zuerst um. Denk dran, das war auch noch der andere Typ da, ne? Ich hab sechs Kills. Die müssen zu uns, ja. Die müssen zu uns. Die kommen jetzt hier über die Dings gepusht. Blauer Marker. Alle Mann auf dem blauen Marker mit dem Scope. Da kommen die jetzt angepusht, die Dudes. Es gibt auch noch irgendwo so einen Kasper mit einer Sniper. Der aus Südosten kommt. Muss zu uns. Das gibt's doch nicht. Das sind Bots. Noch drei Stück. Sind die im Team oder haben die sich hier aufgesplittet? Wieso? Ich weiß, dass die vorhin, äh, wo da hinten waren. Ich weiß, was du meinst. Da. Da. Was heißt da? Wo ist das? Orange. Da ist da. Er ist nach hinten gelaufen. Dort ist dort. Hier ist hier. Hier bei Orange war ich seiner. Den hab ich dreimal getroffen, aber der ist dann weiter gelaufen. Okay. Orange ist einer noch hinter dem Baum. Ich bin hinter dem Stein. Ich seh noch. Einmal getroffen. Eine Smoke. Äh, ich hab eine Granate reingeschmissen. Ich kann's jetzt flashen, aber das hilft jetzt nix. Ich warte, bis der Smoke weg ist und dann flash ich sie. Okay. Könnt ihr da Granaten reinschmeißen? Ich hab nur Flashbangs, leider. Ich hab nur Flashbangs, aber ich kann nicht werfen. Nice. Das war gut. Das war nicht schlecht. Ich hab nur über diese Person, die da steht. Das war... Hm? Oh yeah. C4. Gut, ich mach doppelt. Es ist halt witzig, dass man davon nicht wegfliegt. Pass auf, pass auf. Was, noch eins da? Wie viel C4 hattest du, bitteschön? Zwei Stück. Nice. Sehr gut, hey. Da haben wir die Typen noch gut verarztet, oder? Was hatten die denn Schönes? Ja, das war cool. Das haben wir gut gemacht. Nice. Oh nee. Hey, komm.